Na hey, ich bin der Jay, willkommen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei Hades, der Early Access und so weiter bei euch am Mittwoch. Die letzte Folge, ja wir sind wieder bei Meg gelandet, dem ersten Boss und haben kläglich verkackt, dass das mal klar ist. Da hat viel zu quatschen die letzte Folge, manchmal muss das sein, oh Hypnos wacht auf, wir haben ihn leider doch geweckt und er hat was zu erzählen. Okay, mein Kondolences, mein Beileid. Und Hades lacht sich einen weg, na gut. Ich sollte vielleicht einfach ein bisschen kontrollierter an die Meg rangehen. Das Problem ist, es ist wirklich für den ersten Boss ist da sehr viel los. Ja, unser Raumgestalter hatte ein unglaublich aufregendes Ausrufezeichen über dem Kopf. Und was hat er jetzt? Äh, kleinere Beute. Unterweltrenovierung. Kann man können, eine infernale Truhe halten. Das machen wir, glaube ich. Die Vorhänge sind da jetzt nicht ganz so wichtig. Genau. Ich finde das gut, dass wir die Unterwelt renovieren. Finde ich gut. Hausdekor. Äh, ja, wollen wir noch voreinge nehmen? Ich glaube nicht, aber irgendwann müssen wir es wirklich nehmen, weil aktuell tut es hier quasi zwei Slots. Also einfach mal besetzen, wo eigentlich auch nützliches Zeug rumliegen könnte. Unterweltrenovierung kann man können ohne mit, äh, Kohlen enthalten. Das wäre auch ganz nützlich. Das alles aber beim späteren Mal. Ach toll, jetzt stehen plötzlich wieder zwei hier. Die gute Nix und die gute Dusa. Kommt vorher. Kommt vorher. Die Dusa, die scheint einen Narren gefressen zu haben am, äh, Sacreus. Quasi so eine Art Mitarbeiter des Monats. Die Deko ist herrlich. Tjo, nichtsdestotrotz. Äh, was konnten wir hier gleich nochmal eintauschen? Wir konnten hier, wir konnten hier Schlüssel für, für Edelsteine kaufen und, äh, mit Schlüsseln. Letzten Endes Nektar und so ein Zeug. Äh, wir haben fünf Schlüssel. Aber wir wollen ja unsere Schlüssel eigentlich aufheben, um neue Fertigkeiten und so weiter freizuschalten. Dann gehen wir doch mal in die gute Kammer. Hier haben wir schon wieder was. Meine Fritz. Oh, ist das alles, was die Fäte hat für mich geplant? Äh, was war jetzt hier anders? Ich mein, ja, achso, wir haben, wir haben das eine oder andere Blödsinn hier freigeschaltet. Es gibt, es gibt keine, komm, blau, 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 gibt tausend Schlüssel. Müsste ich mir jetzt hier irgendwas unbedingt angucken, weil da das Ausrufezeichen war? Ich habe absolut keine Ahnung. Äh, ansonsten ist hier nichts weiter. Dann mal ab zum Spiegel. Infernale Seele könnten wir freischalten, aber wie gesagt, wir sparen hier eigentlich auf die, mindestens die tiefe Taschen oder die dicke Haut. Eins von beiden. Na dann, weiter geht's. Ach Gott, hier haben wir jetzt eigentlich nicht wirklich was zu tun. Oh, hey. Außer, dass, außer, dass der Knochenkopf wieder was zu sagen hat. Er hat gute Tipps, das kann man gar nicht leugnen. Mhm, denn es gibt Wandschaden. Das habe ich irgendwie schon mitgekriegt, ähm, und ein paar Zufall ab und zu auch mal benutzt. Fensternis gibt mir Kraft. Na dann, auf zu einer neuen Runde. Wen haben wir hier? Wo seid ihr? Ach nee, Aris, der war das, alles klar. Ja, zu seinen Gloryszeiten. Meine kommen hoffentlich noch. So, Aris, natürlich super, Kraft des Gotteskrieges. So, und dann nehmen wir den, ich glaube, dann nehmen wir auch wieder direkt den Angriff. Was ist ein verdarbendes Statusfluch? Nach einem kurzen Augenblick erleidet das auf einen Explosionsartigen Schaden, der hoffentlich Flächenschaden macht. Genau. Da sind wir auch schon durch hier, super. Und gibt direkt mal Edelsteine. Kann man gut gebrauchen. Eigentlich alles, eigentlich kann man alles gut gebrauchen. So ist ja nicht. Ich müsste wirklich ein bisschen vorsichtiger, ah, generell sein. Au. Und nicht von den dreckigsten kleinen toten Köpfen getroffen werden. Mann, 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 Mann. So, hier geht's nur nach rechts. Da gehen wir da auch lang. Gibt direkt mal wieder was von Aphrodite. Es passt natürlich super zu Aris. Tjo, meine Güte, langgestreckte Arena heute. Aber wir machen gut Schaden. Zumindest bei den ersten hier. Ich glaube, meine Lieblingsfähigkeit, beziehungsweise was ich am liebsten mache, sollte klar sein. Einfach mal angreifen und hin und her daschen. Mehr oder weniger kontrolliert. Beziehungsweise unkontrolliert. Also quasi die, ähm, sozusagen die Hauptfertigkeiten sind eigentlich das, worauf ich hier, äh, worauf ich hier, äh, baue. Und was ich wirklich am liebsten mache, zwischendurch was zu schmeißen, ist mir eigentlich zuwider, gerade bei dem Speer, weil dann die Waffe weg ist. So, äh, Aphrodite ist Hilfe mit Beistand, bla, will er verzweifeln. Nachdem du verletzt wirst, verletzt du Gegner in der Nähe, macht es dich schwach. Das ist gut, das hatten wir schon mal. Und dann nehmen wir das auch. Denn ich werde relativ sehr häufig getroffen. So, was nehmen wir denn hier wieder? Äh, mal wieder ein paar dunkle Zahle. Eigentlich, wie gesagt, Schlüssel und, und hier, ähm, Schlüssel und Edelsteine im aktuellen Moment. Und die, die, äh, die Kleinen haben wir ja sowieso noch nicht ausgegeben, großartig. Wo bin ich denn? Ach, hier. Okay. Mitten ist noch einer. Erstmal wieder ein bisschen durchsehen hier. Mann, du hast hier so eine fette Reichweite mit dem Speer. Und irgendwie, irgendwie im, im Kampf mit Mac nutze ich die nicht wirklich. Oder unterschätze die. Oder sie bringt einfach generell nichts. Ja, schon wieder Aris. Cool. Finde ich gut. Hoffentlich können wir direkt mal ein Upgrade nehmen. Okay. Okay, die, 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 die Fontäne mit Aris. Super. Olympus, ich akzeptiere diese Message. Und Morton, ist dein Angriff, deine Spezialität und dein Wurf fügen mehr Schaden zu. Das ist super. Nachdem du einen Gegner getötet hast, fügt dein nächster Angriff oder deine Spezialität mehr Schaden zu. Auch das ist geil. Vor allen Dingen bei dem, bei dem Kampf halt gegen Mac. Äh, hier hält einfach mal 10% mehr Schaden und hier 100% mehr Schaden. Aber halt nur einmal, ne? Wogegen das hier? Erstens ist es direkt selten. Und zweitens macht es halt, macht es halt generell, Violent. Und zweitens macht es halt generell einfach mal mehr Schaden. Wir brauchen nicht wirklich den Brunnen, aber müssen den aktivieren, um weiterzukommen. So, und dann, ja, hier wieder Edelsteine. Die glitzern auch so wunderschön. Mal von dem, mal von dem kleinen Totenschädel daneben abgesehen. Daraufhin heißt, dass es hier ganz besonders schwerer wird. Oh, ich hasse die Kristalle. Hab ich das schon mal erwähnt? Wahrscheinlich. Aber auch hier, wenn man sich dahinter positioniert, ist alles okay. Finde ich gut. So, hier kann man wieder was kaufen. Wir haben gerade mal 50 Münzen. Dann lassen wir das mal. Links schon wieder Ares. Oh Gott, das will. Also heute geht es mit Ares immer so richtig durch die Decke. Achso, und ihr wieder. Na toll. Oh, ich mache Flächenschadenschweine. Aber erstmal um einen kümmern und dann ist es okay. Und stackern den so ein bisschen zu Tode und dann ist Ruhe. Ah, da hat er mich erwischt. Aber er bekommt halt jedes Mal ein bisschen Schaden ab, durch aprodites Segen. Also zumindest, beziehungsweise, Glückszahn, Ranghöher. Was ist das für ein Glückszahn? Achso, der Glückszahn, die Fähigkeit von Skelly, die wir als Modifikator quasi mitgenommen haben, wäre mit zwei Sterne. Das ist cool. Das müssen wir gleich mal angucken. Okay, wieder mal Ares. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert, dass das heute so mit Ares so gut klappt. Großes Pech. Deine Verderbniseffekte fügen bei mehrmaliger Anwendung mehr Schaden zu. Bonusschaden je Stack. Meine Verderbnisangriffe. Betrifft das auch direkt den Angriff oder nicht? Dein Wurf schleudert bla. Dein Beistand verwandelt dich 2,5 Sekunden in einen Immunklingensuch. Das müsste man eigentlich nutzen. Eigentlich. Aber Bonusschaden per Stack ist eigentlich auch ganz geil. Weil wir halt Verderbnis verteilt mit dem Standardangriff. So, dann lass doch mal gucken hier gerade. Und da hänge ich jetzt glaube ich ein bisschen im Weg zumindest hier unten. Also der Glücksstand. Wenn du tödlich verletzt wirst, überlebst du wie durch ein Wunder mit 100 Leben. Einmal je Fluchtversuch. Hat lustigerweise zweimal geklappt in der letzten Folge. So, und hier, ne, dein, ja genau, dein Angriff bringt Verderbnis mit sich. Verderbnis-Schaden. Und der ist jetzt auch noch mit einem Bonus-Deck ausgerüstet. Das ist richtig, richtig gut. Äh, und ich werde das hoffentlich mehr oder weniger auch nutzen können. So, hier gibt es wieder ein bisschen mehr davon. Aber wir brauchen natürlich auch einen Schlüssel. Wir brauchen noch einen Schlüssel für das nächste. Ein bisschen freigeschaltet. Deswegen gehen wir mal hier lang. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist, dass wir noch die, äh, die, äh, die Geschosse zurückfeuern. Das wäre ganz cool. Aktuell ist es nämlich nicht der Fall. Okay, das ging ja relativ erste Sahne. Ja, der hat da völlig recht. So, da, oh, hier gibt es, hier gibt es entweder ganz viele Rubine oder irgendwas anderes, was ich noch nicht kenne. Haben wir noch einen anderen Ausgang? Nö, dann gehen wir doch da lang. Wie viele Münzen haben wir? 87 jetzt langsam? Finde ich gut. Die Töcke schmeißen immer Minen, ne? Irgendwie so war das doch. Ach ja, ich wusste es. Ich wusste es, aber wäre nicht doof. Also nicht so, nicht so, nicht so, nicht so völlig. Wir machen jetzt richtig fett Schaden. Muss ich ja sagen. Oh Gott, ja, Hammer. Gib mir den Hammer. Also gleich zumindest mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes gibt. Hier alles. Ach, Hammer, das ist der da los. Brachial Spieß, deine Spezialität, deine Spezialität. Dein Wirbelangriff fügt Blar Schaden zu. Äh, das bringt mir alles nicht wirklich was. Fügt einer Rüstung 400 Schaden zu. Deiner Rüstung, okay. Fügt Schaden zu mit einer Chance von Blar kritisch. Das ist der, das ist der Wurfspieß halt in dem Fall. Dein Wirbelangriff. Das wäre gedrückt halt, nicht wahr? Nehmen wir es mal. Das ist die hier. Die braucht aber auch richtig lange zum Auflanden. Ich kann mich halt nicht bewegen währenddessen. Aber die macht richtig fett Radius hoch, wenn sie maximal ist. Na ja, mal gucken. Mal gucken. So, Schlüssel brauchen wir erstmal nicht. Jetzt brauchen wir für das nächste ein paar mehr von denen hier. Das ist einfach richtig fett, richtig fett Wumms über eine größere Reichweite. Aber so lange halt rumzustehen, ist auch doof. Manchmal. Manchmal. Ach Gott, das macht auch wieder gerade richtig Spaß. Muss ich ja sagen, also... Was haben wir denn hier gesperrt? Achso, weil hier noch einer rumeiert. Wo? Wo eiert hier noch einer rum? Ach, da oben. Zwei sogar. Die eiern immer zu zweit. Oh so, und es sind sogar noch mehr da. Nein, nicht in die Stacheln. Scheiß, Dreck. Okay. Sehr schön. Kohlen. Und was haben wir hier? Einkaufen. Wir kommen noch bei Charon vorbei. Gehe ich gerade davon aus. Hier haben wir... Links haben wir Leben. Das wäre ganz geil. Hier gibt es Kohlen. Ich bin jetzt gerade... Ach Gott. Ein bisschen mehr Leben oder ein bisschen mehr Kohlen? Wir gucken mal, was hier ist. Wir müssen ja nichts kaufen. Prometorstein. Okay, ein zweiter. Entzündende Lebenssaft. Passiv. Du erhältst 20% Bewegungsgeschwindigkeit. Dauer 3 Schar Mützel. Ah. Kostet auch nur 10. Ja. Das nehmen wir mal. Muss ich das aktiv einsetzen? Oder ist das jetzt einfach mal aktiv? Also, ne? Verstehst du, was ich meine? So, und jetzt nehmen wir hier... Wir haben nur 10 Leben verloren. Dann geht das eigentlich auch ganz gut. Und nicht alle... Nicht alle Kammern haben den Lorbeerkranz. Und jetzt rum. Habt ihr das auch mal gemerkt? Hui. Das war flott und schmerzvoll. So, rechts gibt es einen Schlüssel. Links gibt es... Uh, ein Nektar. Ein Nektar wäre natürlich auch geil. Wenn ich dann noch meine Geliebte treffen würde... Meine Waifu... Ja, ist ganz geil. Das ist ein Name, den ich jetzt vergessen habe. Die mit dem Bogen. Die gehört in der Jagd. Die finde ich nett. Die gefällt mir. Au. Wie hat er denn das gemacht? Ich hab den gestackert gehabt. Gefällt mir gar nicht, wie die mir gerade die Lebensanergie runterhauen. Au. Die Penner, Alter. Ich habe dich getroffen gehabt. Steggere gefälligst. Süßer Nektar. Sehr schön. Jetzt wäre trotzdem ein bisschen Leben ganz geil. Oh, siehste, kommen wir zu Scharen. Das ist ja schön. Den Nektar heben wir auf. Ach. Hat er auch was zu sagen. So. Und jetzt nicht verwechseln. Ich gucke lieber nochmal drauf. RT. Die untere Taste ist es geschenkt. Dann nehmen wir die nicht. Da, sagt er. Tolles Gespräch. Good talk. So, hier, Leben. Wir nehmen. Es ist maximales Leben. Es ist gerade nicht so geil. Wir haben sehr wenig Leben. Das ist scheiße. So. Na gut. Dann nehmen wir, guck mal. Hier einmal Hermes. Vielleicht bringt es ja was. Klerischer Fehler. Na super. Größere Reile. Du bewegst dich 30% schneller. Schnellere Reflexion. Du kannst einmal nacheinander. Du kannst plus eins nacheinander sporten. Nach einem Sport bewegst du dich so und so viel schneller. Äh. Ja. Oder generell schneller. Ich glaube generell schneller ist gerade ein bisschen besser. So. Und da wir, dann nehmen wir uns noch ein bisschen, ein bisschen mehr Währung. Und dann ist okay. Und ich habe nicht gut Hoffnung für diesen Kampf. Aber naja. Ja, hallo Meg. Du schon wieder. Tö. 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 Ein bisschen mehr Leben wäre toll. Ehrlich. Ah, da hat sie mich wieder erwischt. Ach, leck mich, Alter. Ich wollte auch nur mal die Wirbelattacke ausprobieren. Ach, jetzt macht sie das. Das hat sie in den letzten Kampf überhaupt nicht gemacht. Und schon wieder totgestrotzt. Super. Und wir sind jedes Mal voll. Das ist nicht so, dass wir es doch mal irgendwie nutzen können. Verdammt nochmal. Die kann auch nicht so stark sein, die dumme, äh, äh. Die gemeinde Sau, wollte ich sagen. Ach, aber damit, damit kriegt sie mich auch jedes Mal hier. Wir sind schön schnell. Wir machen eigentlich ganz gut Schaden. Aber nö. Ach, da ist es undurchdringbar. Warum wissen sie, warum wissen sie jetzt plötzlich ab und zu mal anders drauf, als wie in den letzten Versuchen? Das finde ich so nervig. Au, Falle, toll. Komm schon, das sieht doch eigentlich... Au. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber nö. Machst du jetzt wieder ihre verdammte andere Attacke? Au. Ey, das ist fies. Au. Ich geh aber auch immer viel zu nah ran, glaub ich. Glaub ich. Könnt mich auch irren. Aber das, äh, tue ich selten, wenn ich mich, äh, wenn ich glaube, dass ich was falsch mache. Wir haben sie geschafft. Meg bezwungen. Äh, äh, rünje oder so. Yes. Mit ganz wenig Leben. Aber wir hätten sogar, glaub ich, noch den Zahn gehabt, oder? Nochmal. Titanenblut. Prämia eingefordert. Äh, aus Tartarus herausgekämpft mit Hilfe von ewiger Speer. Achso, das ist eine Herausforderung gewesen. Alles klar. Kann ich euch befreien? Nee, ne? Ihr seid einfach nur Statisten. Ha, Fortschritt, Leute. Fortschritt. Hatte ich nicht erwartet. Wir hatten so wenig Anfangsleben. Aber es wird halt auch immer ein Stückchen einfacher, ne? 20 Leben wiederhergestellt. Gott, hab hier alles neu. Hier, 20 Leben wiederherstellen. Sehr schön. Danke. Okay, also eins nach dem anderen quasi. Das Nutzen des Brunnen hat jetzt die zwei hier freigeschaltet. Wir können einkaufen und wir können verkaufen. Okay. Das heißt, wir können, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Ähm, Erweiterungen oder ähnliches, was wir, was wir in der Tasche haben, Ähm, wegzuschmeißen. Für Kohlen, nehme ich mal an. Lass mal gucken. Siehst du, genau, genau das hier. Genau das meine ich. So, zum Beispiel, wenn wir die größere Eile nicht mehr brauchen, können wir die auch für 80, für 80 Tacken. Das machen wir jetzt einfach mal. Da hat er völlig recht. So, und jetzt können wir noch einkaufen. Und zopf das Atlas. Passiv. Dein Wurf fügt, äh, 30% mehr Schaden zu, aber nur für drei Scharmützeln. Ich mag dieses Passive nicht so. Äh, diese, dieses, dieses, für, für so und so vier Scharmützel. Pust des Stücks. Passiv. Du erhältst plus, äh, du erhältst eine Ladung von Todesverachtung zurück. Okay, das wäre nicht schlecht. Sofort bis zu Dingsbums wiederherstellen. Äh, das können wir uns, glaube ich, klemmen, obwohl wir es uns leisten können. Im Gegensatz zu Kust des Stücks. Na gut, dann machen wir das auch. Alles klar. So, na dann. Dann geht's mal weiter. Hier sind Statuen von Zaborus. Cool. Genau. So, und da sehen wir als erstes, äh, zum ersten Mal die Übersichtskarte. Des, äh, des Laufes. Und hier sieht's doch gleich ganz anders aus. As-Fol-Wil-Wil-Es-Fodil- Ich konnte's nicht lern, Es-Fodilien-Grund oder so. Okay, ab hier alles neu. Unter anderem neue Musik. Und was zum Angucken. Aha. So, und jetzt mal alle zusammen. As-Fodilien-Grund. As-Fodilien-Grund. Ja, ja. Und Fluss-Flecketon. Das sind, das sind ja ganz komische Worte, nutzen die hier. Genau. Au. Au, hat mich gerade wehgetan. Gibt's doch nicht. Wir dürfen nicht in, wir dürfen nicht in die Lava geraten. Das ist gut zu wissen. Hallo. Gibt's hier oft die Nuss? Ja, tatsächlich. Schrecklich. Ach, oh Gott, was ist denn hier los? Nehme an, ich darf nicht stehen bleiben. Das ist doch schrecklich. So, Nummer 1 tot. Kommst du auch runter? Danke. Das ist schön, wenn sie noch nicht, äh, wenn sie noch, noch gestaggert werden können. Finde ich gut. So, äh, ach so, jetzt sind ihr wieder da. Schön, alles klar. Und die aus dem, aus dem, aus dem Feuer kommt die Flammen. Äh, aus dem Feuer kommen die Schädel. Wir dürfen trotzdem nicht in die Dingels geraten. Hallo, ihr schon wieder. Ihr seid jetzt einfach mal normale Gegner. Na super. Das ist ja Herz aller Liebsten. Wer bist du denn? Ach so. Alles klar, meine Fresse. So, und dafür gibt's direkt mal ein Power-Up. Finde ich gut. So, dein Angriff bringt Verdabnis auf Level 2 oder Welle der Verzweiflung auf Level 2. Ich bin eigentlich erstmal für den Angriff, weil der ist so schon richtig fett stark. Jetzt können wir hier direkt mal wieder was einkaufen. Und hier oben geht's noch richtig weit weiter. Ähm, lass noch mal gucken. Gucken kostet nichts. Hydralid passiv. Du erhältst beim Betreten einer Kammer so und zu viel Leben. Für drei Kammern ist das nicht schlecht. Adria. Ariadne Faden. Die nächste Gabe, die du findest, hat einen höheren Seltenheitsgrad. Wär auch ganz geil. Unterzünder, Lebenssaft, bla bla bla, mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Wir nehmen die beiden hier. Leben können wir gebrauchen. Und das mit der höheren Seltenheit ist sowieso ganz geil. Wupp. Oh, das tat nicht weh, aber ich hab mich kurz erschrocken. Die Muck ist cool. Einfach mal so düm, 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 düm. So ein Running Beat. Finde ich gut. So, hier. Ah ja, hier geht's weiter. Hier geht's, geht's, geht's. Jetzt geht's nicht durch Türen, sondern mit Floßen. Die nächste, die wir finden, hat eine höhere Seltenheit. Und das will ich eigentlich nicht an Hermes verschwenden. Ne, verstehst du? Der hat bloß immer was mit schneller. Aber schnell bin ich meiner Meinung nach ganz gut genug soweit. Hallo. Huch, da haut er ab. Ja, da kannst du langwerfen. Das interessiert keinen. Ah, der ist mit der Bombe. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Dass ich den echt nicht, äh, dass ich ja echt nicht, äh, jubilierend stehen bleiben darf. Guck mal, wie weit wir eigentlich kommen mit dem Sperl. Das ist so nervig, dass wir das nicht wirklich auswirken. Hallo. Au, da war er wieder. Weg da, weg da. Dankeschön. Wäre das nicht richtig toll, wenn wir jetzt hier noch einmal durchkommen? Das fände ich richtig toll. Au, fuck you. Haha. Wo ist er denn hin? Was ist er sonst wo hin? Na, super. Ah, das mit, das mit, das mit der, das mit der Lava, ne, auch ein bisschen. Ehrlich, ey. So, und da explodiert's und dann können wir uns das leisten. Alles klar. Furchtbar. So. Aber das ist nicht die nächste, das ist nicht die nächste... Okay, Powerab scheint es nicht zu betreffen, den Ariadne-Faden. Okay. Na, alles klar. Dann dein Angriff bringt noch mehr Verderbnis. Du ehrst mich. Nein, du ehrst mich. Noch am Leben. You are still alive. So, äh, rechts gibt's einen Laden, links gibt's Kohlen. Den Laden, den brauchen wir jetzt gar nicht erst, gar nicht erst versuchen eigentlich. Weil so viel Kohlen haben wir nicht. Alles ist neu und ich bin glücklich, soweit zu sein, muss ich ja sagen. Mehr können wir uns heute eigentlich auch nicht wünschen. Das hätte ich jetzt gerne vermieden. Ach, dass die alle in der Lava hoffen müssen, Schweine. Das ist ein bisschen mies eigentlich von euch. Ah, Mist-Säcke. So, ja, kommt doch ein bisschen näher, bitte. Nicht ihr, ich mag es nicht. Ah, und hinten hofft Anna und beschießt mich die ganze Zeit. Fächerheit, Alter. Ja. So, jetzt mal schön, schön weit Tarn halten. Dann könnte man deswegen sonst wo explodieren. Right there. Right there. Sehr schön. Alles meins, 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 meins. So, wo geht's denn hier weiter? Hier sind jetzt die Boote, alles klar. So, dann haben wir links Dionysus, der Weinsäufer und hier noch Poseidon. Äh, der Weinsäufer, den könnte man eigentlich nehmen. Aber hier mehr, 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 ne, Angriff und so weiter wäre ganz geil. Vor allem jetzt mit dem, mit dem, mit dem Ariadne-Faden, dessen Namen ich bestimmt jetzt aktuell schon wieder total falsch ausspreche. Vor allem müssen wir es erstmal bis dahin überleben. So ist ja auch nicht. Ach Gott, das Spiel macht Spaß. Das ist unglaublich. Das Spiel macht so Spaß. Au, das hat nicht Spaß gemacht. Ach, das warst du? Na super. Penner, ey. Der explodiert auch gleich wieder, ne? Jawohl. Das ist ja wusste ich doch, ich bin echt doof. Warum sind wir denn jetzt so langsam? Ach nein, nicht die Kristalle. Alles nicht die Kristalle. Nein, nicht in den, nicht in den. Ach, Gottes Willen. Ach, um Gottes Willen. Nicht, nicht in die Flammen. Das ist gemein, dass du da eigentlich durch, dass du da drauf kannst. So, einmal Poseidon, bitte. Den mag ich auch. Was denn? Freie Hausgetränke? Stürmischer Tusch. Deine Spezialität. Blablabla. Flutschuss. Dein Wurf. Versunkener Schatz. Du hältst eine bunte Mischung aus Dingsbums. Und das Ganze auf selten. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Vor allem, weil wir nicht mehr wirklich lange leben. Ah, geil. Ganz viel Gelumpe. Finde ich gut. Finde ich gut. Ein bisschen Leben gab es auch. Eine bunte Mischung. Sehr lustig. Warum sind wir denn jetzt so langsam? Das kommt mir so furchtbar langsam vor, wie wir gerade sind. Oder liegt das bloß daran, dass die Umgebung alles irgendwie ein bisschen größer wirkt? Kann durchaus sein, links ist Aphrodite. Und hier haben wir Aris. Da gehen wir noch zu Aris. Der Ariadne-Faden ist jetzt leider weg. Obwohl ein Power-Up an sich auch ganz geil wäre. Weil wirklich viel... Wir bräuchten halt wirklich noch irgendwas mit von wegen hier Abwehr oder so. Dann nehmen wir mal das Power-Up. Was ist denn da noch? Plus eins? Hier war doch irgendwas noch plus eins gerade. Das war das Welle der Verzweiflung. Das ist hier irgendwie mit drin. Das klappt das Menü nicht ganz oft. Das finde ich gut. Ja, Power-Up oder neue Kraft? Wir nehmen Power-Up, glaube ich. Um einfach mal auch mal Aphrodite sehen. Ein bisschen aufzuwerten. Wenn wir überhaupt bis dahin überleben. Das kommt ja auch noch dazu. Aber bis jetzt schlagen wir uns ja eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Oh, ein Problem dazu. Ach, du bist wieder der, der die Wellen macht hier, ne? Du machst ja ganz schöne Welle, Junge. Und das meine ich ernst. So, ich gebe jedes Mal Kohlen, finde ich gut. Nein, die ist schon wieder. Jetzt sind wir doch noch zu zweit hier. Ja, super. Weg. Weg, 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 weg. Ausgezeichnet. Ach Gott, wie lange war das, was wir noch durch hatten? Wahrscheinlich nicht mehr lange. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, Bombe. Ah, Bombe, Scheiße. Oh, Gottes Willen. So, ja, Welle der Verzweiflung, sehr gut. Hatte ich ja gesagt. So, hier haben wir wieder einen Laden. Lebenskraft, sofort bis zu zwölf. Das gefällt mir ganz gut. Truhenaufspürer, du sorgst dafür, dass eine infernale Truhe im Voraussporn, sofern möglich. Bietet nach dem Erwanderer im Schatz, der im Voraussporn. Aha, also das auf jeden Fall, so viel ist klar. So, dann wieder Truhenaufspürer, alles klar. Ja, eine Runde. Ist eine Truhe im Voraussporn? Also bevor der Kampf losgeht oder was? Was ist denn das hier? Ach, hier kann man wieder verkaufen. Okay, nee, mir gefällt eigentlich alles soweit ganz gut. Hier rechts gibt es wieder Edelsteine. Links gibt es die Dinger, aber das ist alles schwer. Äh, gehen wir mal hier lang. Wir können uns dann richtig viel leisten in der nächsten Folge. Finde ich gut. Keine Fresse. Bin so begeistert, wie lange wir hier durchhalten. Sehen wir heute noch den Boss, das wäre ja richtig toll. Ah, nicht, 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 nicht ganz nochmal laufen. Ach, hier schon wieder. Ah, die machen richtig fett Schaden, die Schweine. Wo man zu da dran steht. Skullcrashers, ja genau. Das habe ich mir auch gerade so gesagt. Ah, zog langsam ein bisschen viel auf die kurze Umgebung hier. Ach was. Gleich, gleich, Moment. Erstmal die Kohlen. So, und jetzt haben wir die Truhenprüfung. Bis zu 100 wieder herstellen. Oh, komm schon. Ja, und jetzt? Oh, oh. Oh nein. Alles klar. Ach du Scheiße. Ja gut, das ist ja super. Da verschwenden wir vorher richtig schön viel Leben. Um dann Leben zu bekommen. Alles klar. Das war zu viel für zu wenig Leben. Sachen gibt's. Okay, dann war das ja... Ja, finde ich auch. Ich finde das geil, dass der alles kommentiert. Außer mal ein Nektar drüber. Das ist super. Artemis. Äh, Artemis war sie. Artemis bekommt den nächsten Nektar, dass das mal klar ist. So. Ja, ich bin begeistert. Wir haben die erste Bössin Mech besiegt, die gar nicht so schwer ist, wenn man ausreichend stark ist. Ha, 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 ha. Und damit, ja, ne, beenden wir hier diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Jeden Kommentar, jeden Like, Dislike und oder Abo, den ihr drüber habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.